Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch zu später Stunde die Frage nach der Mogelpackung vom Kollegen Mayer-Laye gestellt. Man könnte jetzt sagen, die größte Mogelpackung ist keinesfalls Rama, sondern die Ampel. Aber die allergrößte innerhalb der Ampel ist und bleibt halt derzeit die FDP. Das muss man einfach mal feststellen in Deutschland. Das ist ganz eindeutig. Der vorliegende Unionsantrag hat so einiges an Geschwurbel zu bieten. Im Kern hat er aber einen richtigen Ansatz. Verbraucherpolitische Probleme der Mogelpackung, das sehen wir durchaus. Es ist bloß verwunderlich, dass sich hier die Union als Advokat des Verbraucherschutzes aufspielt, obwohl sie sich in diesen Merkel-Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen, kaum von linksgrünen Verbotsfanatikern unterscheidet. Das hat man auch jetzt wieder beobachten dürfen, und zwar bei der sogenannten Reparaturrichtlinie, die die EU-Kommission unter Vorsitz ihrer CDU-Kollegin Ursula von der Leyen vorgelegt hat. Diese Richtlinie nimmt dem Verbraucher im Schadensfall das Wahlrecht zwischen Reparatur und einem neuen Gerät ein massiver Eingriff in die Rechte der Verbraucher. Dass die Union hier im Bundestag gegen Mogelpackungen vorgehen will, ist, wie gesagt, löblich, aber auch gelinde gesagt heuchlerisch. Denn das Unheil hat auch in diesem Fall mal wieder seinen Ausgang in Brüssel genommen, tatkräftig unterstützt von der EVP-Fraktion, in der die Union nun mal sitzt. Ihre Freunde in Brüssel waren es doch, die alle möglichen schlumpfigen Verpackungen zugelassen haben. Schon vor 14 Jahren hat die EU mit ihrer Verpackungsgrößenrichtlinie die Einheitsgrößen, die verlässlichen Einheitsgrößen für Lebensmittel abgeschafft. In den letzten Jahren wurden zunehmend minderwertige Pflanzenreste mit hochwertigem Fleisch gleichgestellt. Die CDU scheint sich endgültig dem Vegan-Hype angeschlossen zu haben. Und sogar bei den völlig irren Insektenpulver-Ideen der linksgrünen EU-Bürokraten mischt die CDU mit. Ihre Abgeordnete Christina Stumpf sagte hier im Plenum zu unserem AfD-Antrag gegen versteckte Insekten in Lebensmittel, Zitat, der Weg für neue Züchtungsmethoden in der Landwirtschaft muss freigemacht werden. Landwirtinnen und Landwirte brauchen keine schlecht gemeinten Ratschläge aus der rechten Ecke. Das war erst vor einem Monat. So sieht die Realität in der CDU aus. Wer keine Insekten essen will, ist also ein böser Rechter. Ich zitiere aus dem Antrag. Preismengenanpassung, so heißt es da, sind in einer freien Marktwirtschaft zweifelsohne zulässig. Wie gnädig! Vielen lieben Dank für diese Erläuterung. Es gibt doch noch so etwas wie Marktwirtschaft. Die CDU scheint sich endgültig von den Prinzipien Ludwig Erhards verabschiedet zu haben. Denn andernfalls würde sie verstehen, dass echter Wettbewerb mit Konkurrenzkampf das beste Mittel ist, um Verbraucher zu schützen und niedrige Preise zu erreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Unionsfraktionen hat das Wort Dr. Anja Weisgerber. Dr. Anja Weisgerber. Vielen Dank.